Hallo Leute, ich habe Feierabend. Ich habe noch was angekauft und ja, ich gehe jetzt zurück zur Schule und ja. Falls jemand mich von euch folgt, dann wundert euch nicht, weil heute kommen alle drei Videos online. Scheiß Haare. Und ja, weißt du mal kurz, ich muss eben die Straße checken. Ja, die ist so warm ey. Also 20 oder 24 Grad ist das 100%. Ich habe auch noch schwarze Leggen an ey. Ich bin das bescheuerte Mensch, der die Welt je gesehen hat ey. Jetzt balancier ich langsam und chillig zur Schule. Das erste Dreiviertel. Und ja. Ich hoffe einmal, dass ich morgen auch einen guten Tag haben werde. Weil sonst dacke. Oh fährt doch zu Mensch. Die sind so auch durch die immer so pipi langen Strumpfahne ey. Und ja. Was habt ihr heute so gemacht in der Schule, falls ihr noch in der Schule seid? Weil manche arbeiten ja schon oder werden Ausbildung oder so als Praktikantin wie ich. Ja. Falls ihr irgendwo Praktikum macht, schreibt mal gerne in die Kommentare wo und wie lang und was. Also ich musste bei dem Depot zum Beispiel Regale einräumen und sowas. Das ist furchtbar heiß. Und ja. Also ich musste so Regale ein und raus rollen, bisschen putzen, die Deko gucken, alles nochmal checken, ob alles gut ist. Die Preise gucken, ob die alle noch stimmen und ja. Alles klar, Schlange. Jetzt muss ich die ganze Weg zurück klatschen und das nervt, weil ich hab so Beinschmerzen. Ich hab die ganze Zeit nur gestanden und gegangen, aber egal, das war eigentlich gut. Meine Beine werden dadurch ja nur noch stärker. Und ja. Heute ist es noch richtig heiß, ey. Die kann mein Bauch, ey. Und jetzt muss ich noch zurück klatschen. Dann warte ich noch ungefähr eine Viertel Stunde auf dem Bus in der Aula. Und ja. Ich warte schon so sehr drauf, das meine Mutter zu erzählen. Aber ich brauche... Entschuldigung. Ich brauche es nicht erzählen, falls du es guckst, Mama. Hab dich lieb, falls du es guckst. Äh, also, ja. Puh, Leute. Man kann ersticken, ey. Ja, also, wenn es euch dem Video gefallen hat, Daumen nach oben. Abonniert mich bitte. Würde mir sehr, sehr freuen. Äh, und, ja. Ich werde heute noch ein Video mit meinen Hasen machen. Und, ja. Bis dann, Leute. Ciao.